Warum hat Gellert Grindelwald Lord Voldemort angelogen? Das und mehr, jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir erörtern, warum Gellert Grindelwald, der berüchtigte dunkle Zauberer und ehemalige Freund von Albus Dumbledore, behauptete, dass er den Elderstab nie besessen habe, obwohl er ihn tatsächlich im Besitz hatte. Der Elderstab, auch bekannt als der Todesstab oder der Zauberstab des Schicksals, ist einer der drei Heiligstümer des Todes in der Harry Potter Reihe und gilt als der mächtigste Zauberstab, der je existiert hat. Mit ihm sollen Zauberkünste möglich sein, die normalerweise unvorstellbar sind. Die Geschichte des Elderstabs geht zurück auf die Legende der drei Brüder. Das Kinderbuch erzählt die Märchen von Biedel und dem Baden. Dem Märchen nach übergab der Tod selbst den Elderstab an Antioch Peverell, dem ältesten der drei Brüder, der sich einen Zauberstab wünschte, der mächtiger war als alle anderen. Seitdem hat der Elderstab viele Male die Besitzer gewechselt, oft durch Mord oder Gewalttaten der Hexen und Zauberer, die ihn besaßen. Die Tatsache ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Treue des Elderstabs nicht durch Vererbung, sondern durch Überwältigung seines Besitzers bestimmt wird. Diese einzigartige Eigenschaft hat zu einer blutigen Geschichte geführt, in der jeder neue Besitzer den Vorbesitzer tötet, um die Macht des Stabes zu erlangen. Die jüngste Geschichte des Elderstabs war jedoch etwas weniger tödlich als davor, als Albus Dumbledore der Herr des Elderstabes wurde, nachdem er seinen vorherigen Besitzer Gellert Grindelwald besiegt hatte. Besiegt, aber nicht getötet. Grindelwald erlangte den Zauberstab vom Zauberstabmacher Gregorowitsch, indem er ihn stahl, bevor Dumbledore ihn erwarb. Grindelwald nutzte den Elderstab, um Macht anzuhäufen und eine Herrschaft in der Zaubererwelt über viele Jahre hinweg zu etablieren. Doch als Dumbledore schließlich Gellert Grindelwald 1945 in einem Duell besiegte, wechselte die Treue des Zauberstabs zu Dumbledore. Mehr als 50 Jahre lang wurde der Zauberstab von Professor Dumbledore in aller Stelle geführt. Nach Dumbledores Tod jedoch ging die Treue auf Draco Malfoy über, der Dumbledore kurz vor seinem Tod entwaffnete, ebenso wie es Harry Potter später mit Draco tat. Monate später wurde der Elderstab dann von Harry ergriffen, was sowohl ihm als auch Voldemort nicht bewusst war. Voldemort, der dunkle Herrscher, glaubte fälschlicherweise, dass Severus Snape derjenige war, der Dumbledore tötete und somit zum Meister des Elderstabs wurde. Deshalb tötete Voldemort Snape während der Schlacht von Hogwarts. In Wirklichkeit war es jedoch Draco Malfoy, der Dumbledore entwaffnete und Harry, der Malfoy danach entwaffnete. Harry Potter war somit der wahre Besitzer des Zauberstabs. Als Voldemort versuchte, Harry damit zu ermorden, schlug der Zauber des Elderstabes zurück und tötete stattdessen Voldemort. Am Ende wurde Harry Potter als rechtmäßiger Meister des Elderstabes anerkannt. Er nutzte den Elderstab, um seinen eigenen zerbrochenen Zauberstab zu reparieren und legte den Elderstab dann in Dumbledores Grab zurück, um den Kreislauf des Blutvergießens zu durchbrechen und sicherzustellen, dass die Macht mit ihm starb, als er dies tat. Harry wusste, dass im Verlauf der Geschichte der Elderstab oft durch Gewalt den Besitzer gewechselt hatte und er wollte sicherstellen, dass Voldemort ihn nicht mehr erlangen konnte. Denn Voldemort wollte den Elderstab unbedingt haben. Als der dunkle Herrscher Grindelwald danach fragte, log Grindelwald Voldemort an. Um Grindelwalds Motive zu verstehen, müssen wir zuerst seine komplexe Beziehung zu dem Elderstab sowie zu den beiden anderen Heiligtümern des Todes betrachten. Als höchst ehrgeiziger dunkler Zauberer strebte Grindelwald seit seiner Jugend nach den drei Heiligtümern des Todes. Schon als Teenager hatte er das Ziel, diese in seinen Besitz zu bringen. Schließlich gelang es ihm, den Elderstab in seinen Besitz zu bringen, nachdem er ihn irgendwann vor 1926 vom Zauberstabmacher Grigorowitsch gestohlen hatte. Da der Elderstab seinen Besitzer angeblich unbesiegbar macht, war es Grindelwalds Wunsch, mit ihm eine neue Ordnung zu schaffen. Um eine Ordnung zu schaffen, in der Zauberer über Muggel herrschen, glaubte Grindelwald, dass der Elderstab mit seiner immensen Macht ihm helfen würde, dieses Ziel zu erreichen. Er nutzte den Zauberstab, um zahlreiche Gräueltaten zu begehen, was eine der dunkelsten Perioden in der Geschichte einleitete. Doch Grindelwalds Besitz des Elderstabes endete, als er von Elvis Dumbledore besiegt wurde. Dumbledore übernahm die Treue des Elderstabs, der somit sein neuer Meister wurde. Trotz seiner dunklen Vergangenheit zeigte Grindelwald ein gewisses Maß an Reue für seine Taten, besonders in Anbetracht seiner Beziehung zu Dumbledore. Daher ist es möglich, dass er vor Voldemort leugnete, den Elderstab jemals gehabt zu haben. Möglicherweise versuchte Grindelwald, eine Form der Buße für seine vergangenen Taten zu zeigen, indem er Dumbledore und die Zaubererwelt vor weiterem Schaden bewahren wollte. In seinen Augen mag er gedacht haben, dass er etwas Gutes tat, indem er versuchte, weiteres Unheil zu verhindern. Um zu verhindern, dass der Elderstab in die gefährlichen Hände von Lord Voldemort fällt, log er. Grindelwald erkannte das enorme zerstörerische Potential, das entstehen würde, wenn der dunkle Lord ihn bekommt. Daher könnte seine Verweigerung, Voldemort den Elderstab zu überlassen, als Grindelwalds Weg gesehen werden, dem dunklen Pfad zu widerstehen, den er einst beschritten hat. Er betrachtete sich möglicherweise selbst als seine Art reformierten Zauberer und könnte geglaubt haben, dass er sich mitschuldig machen würde an den Verbrechen des dunklen Lords gegenüber Dumbledore, wenn er Voldemort helfen würde, den Elderstab zu erlangen. Grindelwald könnte auch versucht haben, den Elderstab zu schützen, um Dumbledore und die Zaubererwelt im Allgemeinen zu verteidigen. Grindelwald schätzte den Elderstab wirklich und hatte ein unglaublich tiefes Verständnis und Respekt für ihn, nachdem er jahrzehntelang von ihm und den Heiligtümern des Todes besessen war. Angesichts dieser Tatsache ist es nicht wirklich überraschend, dass er dieses magische Artefakt liebte. Grindelwald mag geglaubt haben, dass er den historischen Schatz vor einem dunklen Zauberer schützen wollte, der bekannt für seine Skrupellosigkeit und seinen mangelnden Respekt für magische Artefakte war. Es besteht die Möglichkeit, dass Grindelwald auch einfach nur eifersüchtig auf Voldemorts aufsteigende Macht war, insbesondere angesichts der Tatsache, dass der dunkle Herrscher bereits eine Schreckensherrschaft in den 1970er Jahren innehatte. Grindelwald hielt es nicht für fair, ihm zu helfen, wieder an die Macht zu kommen, zumal er selbst nur einen Versuch hatte. Der Besitz des Elderstabs könnte auch als eine Form des Widerstandes gegen Voldemort interpretiert werden, denn Grindelwald war ein stolzer Zauberer, der trotz seiner Gefangenschaft Voldemort die gesuchten Informationen verweigerte. Möglicherweise wollte Grindelwald seine verbleibende Macht geltend machen und sich weigern, Voldemorts Willen zu beugen. Dies ist besonders erwähnenswert, da der Elderstab ein klares Symbol der Macht innerhalb der Zaubererwelt ist. Eine weitere mögliche Erklärung dafür, warum Grindelwald Voldemort über den Elderstab belogen hat, könnte sein, dass er sich entschieden hat zu lügen, um seine Autonomie zu bewahren. Abgesehen davon, dass er leugnete, den Elderstab jemals besessen zu haben, hat Grindelwald auch vielen Menschen die Wahrheit vorenthalten. Natürlich sind das nur Fälle, von denen wir wissen, aber zum Beispiel manipulierte Grindelwald einen jungen Elbes Dumbledore in dem Glauben, dass die beiden die Heiligtümer des Todes für das Allgemeinwohl nutzen könnten, indem sie die Muggel unterwerfen und die Herrschaft über die Zaubererwelt erlangen. Obwohl Dumbledore viel über Grindelwalds Beweggründe für die Heiligtümer des Todes wusste, kannte er nicht alle Details, möglicherweise, weil er es nicht wissen wollte. Es ist unklar, ob Elbes sich dazu entschied, Dinge zu ignorieren oder ob er offen von Grindelwald belogen wurde. Grindelwald hat sicherlich einen Teil seines Plans vor Dumbledore verborgen, um Elbes mit einer Idee zu fesseln, dass sie später gemeinsam die Welt regieren könnten. Er belog Dumbledore erneut, diesmal den jungen Aurelius Dumbledore, um den Jungen zu manipulieren und ihn dazu zu bringen, seinen Willen zu befolgen und in seinem Kampf zu kämpfen, nachdem er Aurelius rekrutiert hatte, der unter dem Namen Credence bekannt war. Als Grindelwald ihn fand, log er den Jungen über seine Identität während der Serie Fantastische Tierwesen anfangs an und gab sich als hochrangiger Markusa-Beamter aus, der das Vertrauen von Credence zu gewinnen versuchte und seine obskuren Kräfte ausnutzte. Er sagte Credence sogar, dass er der Einzige sei, der Elbes Dumbledore töten könnte, obwohl er wusste, dass jeder außer er selbst es tun konnte. Credence war nicht der Einzige, den er belogen hat. Nur so konnte er Queenie Goldstein, eine mächtige und erfahrene Hexe, täuschen und beeinflussen. Indem er sie anlog und behauptete, dass er helfen wollte, Muggel vor den Gefahren der magischen Welt zu schützen, während er in Wirklichkeit beabsichtigte, Muggel zu versklaven. Da Grindelwald einer der berüchtigsten und manipulativsten dunklen Zauberer in der Harry Potter-Reihe war, liegt es auf der Hand, dass er auch Voldemort über den Elderstab angelogen hat. Er war gerissen und hinterlistig und es lag einfach in seiner Natur. Und das war's auch wieder mit dem heutigen Video. Was denkst du darüber? Stimmst du mit mir überein? Was ist deiner Meinung nach der wahrscheinlichste Grund, warum Grindelwald Voldemort über den Elderstab belogen hat? Schreib es gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.